Ich liebe dich. Ich dich auch. Boah, was war das denn? Ich hab Keith gesagt, ich liebe ihn. Jetzt wo du gesagt hast, was er hören will, wird er sich nicht mehr anstrengen. So wie wenn ein Typ unbedingt mit dir schlafen will. Wenn du irgendwann nachgibst, kriegst du keine Blumen mehr. Und ehe du dich versiehst, sind 20 Jahre vergangen. Du stehst über ihm, während er schläft mit dem dritten Martini in der einen und dem Steakmesser in der anderen Hand. Und natürlich hat er eine Schlaftablette eingeworfen, also kannst du seinen Arm ein kleines bisschen aufschlitzen, ohne dass er davon aufwacht. Aber das ist keine Genugtuung mehr. Und wieso? Du hast die Macht eingebüsst. Hey Perry, Maus. Hast du rausgekriegt, was mit deinem Arm passiert ist? Nein. Ja, puh.